Das 8. Reservekorps war ein Großverband der Armee des Deutschen Kaiserreiches. Gliederung Das Korps war bei Kriegsbeginn der 4. Armee unterstellt und wie folgt gegliedert. 15. Reservedivision 30. Reserveinfanteriebrigade 32. Reserveinfanteriebrigade 4 Kompanie-Pionierbataillon Nummer 8 16. Reservedivision 29. Reserveinfanteriebrigade 31. Reserveinfanteriebrigade 1. und 2. Reservekompanie-Pionierbataillon Nummer 8 Feldkind-Armee-Retrupp 8 Reservekorps Geschichte Mit der Mobilmachung am 2. August 1914 bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde das Korps aufgestellt. Im Verband mit der 4. Armee marschierte es unter Führung des General der Infanterie Wilhelm Freiherr von und zu Ecklofstein in Frankreich ein und Kämpfte den gesamten Krieg über an der Westfront. Während der Schlacht bei Neufjato am 22. und 23. August 1914 griff des 8. Reservekorps aus dem 2. Treffen in die Kämpfe ein und beseitigte die Gefahr, in der das 18. Armeekorps durch einen französischen Gegenstoß zwischen Meißin und Beatrix geraten war. Dabei erreichte die 15. Reservedivision über Leben herankommend willens und führte einen Gegenangriff auf Meißin durch. Die dahinter folgende 16. Reservedivision erstürmte noch vor Abend die Höhen westlich an Loy. Ende September 1914 wurde das Korps der Dritte Armee unter Generaloberst Kahl von einem zugeteilt. Es trug seit Jahresbeginn 1915 unter dem neuen Befehlshaber General Paul Fleck zusammen mit dem 8. Armeekorps die Hauptlast der Abwehr französischer Massenanstürme in der Winterschlacht in der Champagner. Im September 1915 während der Herbstschlacht lag die 16. Reservedivision anfangs als Reserve im Hinterland bei Tahure, während die 15. Reservedivision sofort zwischen Ripond und Massiges im Brennpunkt der französischen Angriffe lag. Das Jahr 1916 verlief ruhiger und war durch Abwehr kleinerer Vorstöße im üblichen Stellungskrieg vorgegeben. Am 7. September 1916 wurde General Vichurat zum neuen kommandierenden General ernannt. Im April 1917 folgte die Abwehr englischer Angriffe während der Schlacht von Arras. Ab Ende Mai bis August 1917 lag das Korps dann im Oberelsas und nahm anschließend bei der 7. Armee an den Kämpfen an der Eierte teil. Dem Korps war während der Schlacht von Mai-Maison im Oktober 1917 die 14., 37. und 52. Division zugeteilt. Dabei ging durch die französischen Angriffe die Lafauques-Ecke verloren. Am 6. April 1918 trat das Korps im Rahmen der Frühjahrsoffensive der 7. Armee am südlichen Euseufer bei Armini und an der Eierte zum Angriff nach. Westen an und er zwang mit der 14. Reserve-Division und der 241. Division den Flussübergang und den Austritt aus dem Wald von St. Gobbe. Im Anschluss daran konnten im Zusammenwirken mit der Gruppe Schöler starke feindliche Stellungen bei Armini sowie im Nordostteil des Waldes von Kussi erobert werden. Danach stieß das Korps bis zum Euse-Eisener-Kanal vor und konnten nach erbitterten Kämpfen auch Kussi-Le-Château einnehmen. Zu Beginn der dritten Eisner-Schlacht Ende Mai waren im Chor die 37. und 113. Division und die 14. Reserve-Division unterstellt. Es trat in die Schlacht zwischen So Assange und Reims ein, überwand den westlichen Teil des Schemerdes-Darmes, brach den Widerstand des Feindes auf der Hochfläche von Konde und erstürmte das gleichnamige fort. Dann konnten Vrigny, Missy und die Höhen westlich von Sirai am Südhofer der Eisner genommen werden und der Feind über die Wesle bis an die Manet zurückgedrängt werden. Am 15. Juli 1918 überschritt das Korps zu Beginn der Schlacht an der Manet den Fluss und lief sich nach Anfangserfolgen jedoch fest. Durch den eingeleiteten Gegenangriff der französischen 10. Armee unter Charles Manguin war seine Lage massiv bedroht. Dennoch konnte sich das 8. Reserve Corps in der Frühe des 20. Juli 1918 auf das Nordhufer der Manet absetzen. Am 2. August ging So Assange verloren, am 3. August bezogen die deutschen Truppen ihre alten Positionen entlang der Wesle, den sie vorerst gegen weitere Alliierte angriffen halten konnten. Die deutsche 7. Armee, jetzt unter General der Infanterie Magnus von Eberhard, wich ab 4. September von der Wesle auf die Eisner zurück. Am 7. September gab sie den letzten südlichen Frontvorsprung bei Maizzi auf. Das Korps befand sich folgend bis zum Kriegsende im November 1918 in ständigen Abwehrkämpfen. Kommandierender General Die 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 die